Aber, wo wollen wir die hinlooten, so ohne Platz? Ja, wir nehmen dann, also ich könnte dann zum Beispiel einmal Klasche und einmal Wooden Arrow wegschmeißen, beziehungsweise, ja, Wooden Arrow insgesamt 125 Platz wegschmeißen. Eine Empty Bot ist in 150, wenn wir Munition zum Beispiel finden, die könnte ich dann mitnehmen. Oder generell auch mit Abschießen, feiern die auch schneller. So, hinknien, damit wir ruhig schießen. Und der bringt, äh, 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 ne, sie bringt einen Stock mit. Ah, vorbeigeschossen, wackelt doch mal nicht so. Es hat eine Latte in der Hand. Ja, hier hat eine. Oh, ich treffe den nur mal hinten am Baum. Aber jetzt ist er gefallen. Äh, was? Ne, ne, gewechselt, gewechselt haben wir nicht. Aber das ist, hier ist ein Zombiespawn an der Stelle. Die Säcke liegen nur 15 Minuten. Ah, passt schon. Gehen wir schon hin. Kopfschuss. Feuerzeug. Ah, ja. Gibt immer wieder welche, die laufen wirklich da drüber, du. Ja, die kommen jetzt noch mal zu viel Berg runter. Bringt noch Muni mit, ist ja nicht nett von ihm. Loll, der ist einfach umgefallen? Oder hast du geballert? Ich hab abgeballert. Ah, drüber geschossen. Der ist auch gleich dort. Kopfschuss. Ah, vorbei. Da ist es wieder anders bei, äh, Seven Day to Dice. Da kannst du ja während du zielst nachladen. Oh, ein Leiter nicht hier. Ja, ich hab auch schon eins gerade eingesammelt eben. Ja, dann haben wir mittlerweile über 20. 20. Ich komm an den eh nicht ran. Erst ab 0 Uhr? Was machst denn du, Fanny, bis dahin? Oder wieso erst ab 0 Uhr? Was? Niederdut und Kalle. Ja, ja, das ist mir schon... Man merkt, dass der Stream, der Stream hat nicht wirklich Framedrops. Was Framedrops hat, ähm, ist das Game. Ich bin eben Beute, wo das Ding drin ist. Oh, gut, auch hinter dir. Wollte ich wieder ohne mich vergnügen, die zwei hier. Eingelögt. Das kleine Vieh ist jetzt einfach reingelaufen. Oh, 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 oh. Oh, Leute, das sieht nicht gut aus. Der hat hier den, den... Oh, der hat die Spitze genau durch den Bauch. Das sieht echt nicht gut aus, Freunde. Oh, das tut bestimmt weh. Ja, an den Ebenbeuten komme ich nicht ran. Der ist so blöd hingefallen. Den kannst du nicht mal anvisieren, das ist es ja. Oh, jetzt konnte ich nur so einen Hammer mitnehmen. Ich hab ein bisschen rumgeräumt. Der hat den Beutel schon anvisiert. Komm schon. Dann halt nicht. Ja, jetzt haben wir da noch 25 Platz. Was könnte ich denn mal rumräumen? Ja, ich zocke in 1610, weil mein Bildschirm halt 1610 hat. Oh, la, la, la. Hallo. I love you, baby. Oh, la, 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 la. Und da hast du Radio gesprochen. Ja, Radios haben wir auch genug. Oh, la, la. Ich kann keine einzige Pipe einstecken. Das ist doch ein Läppsch. Ja, wir wollten ja sowieso dann nochmal in den Laden rein. Komm mal auf den Weg dahin nochmal. Ja, ich würd sagen, wir laufen zurück und laufen nochmal. Ja, meinte ich ja. Ja. Hallo und herzlich willkommen beim Radio Hölle. Krass, okidoki, mein Schmutzfink. Was? Hier oben noch reintun. Laune, hast du eigentlich immer nur irgendwas auszusetzen? Was hast du gegen meine Grafikkarte? Meine Grafikkarte ist gut. Hey Schwabe, na, Band? Weißt du, Launebub kommt immer. Launebub, es leckt hier. Was spielst du denn da für ein Scheißspiel? Was ist für ein, für ein, wie war das bei Seven Days? Was hat er rausgehauen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, die Grafik, die sieht so scheiße aus. Ja, genau, jetzt, äh, meine Grafikkarte wäre nicht die beste, äh, ich zocke in 16 zu 10, der Stream hat dann, hat Frame Drops. Ah, Launebub. Sag mal, was positiv wird. Kräften kannst du auch nur im stehen, das geht nicht mehr. Kalle flüstert Fanny zu und Fanny flüstert nicht ihm zu, sondern schreibt im Chat, die wollen mich ärgern. Mach doch was, egal, ich geh raus, ich bin in Office, ich schnotze voll hier, alles klar. Ja, ja, Launebub, ich dich nicht, so. Die Fanny ärgert sich doch bloß, dass sie mich mitspielen kann. Demotivierend. Ja, Fanny ärgert mich, Launebub ärgert mich. Na, Schwabe, alles fit, wie geht's dir? Einen schönen Tag gehabt bisher? Liebe Grüße zurück, Fanny. Da habe ich einen roten Kopf, das steht mir nicht. Mann! Das passt so gut. Dafür bist du ja voll unsichtbar, hör mal. Rote Schild. Wenn ich einen roten Kopf kriege, dann bin ich sneaky getarnt. Ja, ja, Kalle, alles öffentlich, genau. Deswegen antwortet Fanny auch öffentlich im Chat auf Sachen, die du ihr zuflüsterst, ne? Ja, ja, lieb. Von wegen, Pustekuchen. Launebub träumt mich immer. Was ist denn los? Ist ja gar nichts mehr los hier. Ja, doch, die kommen von hinten als langsam. Musste ich bloß immer wieder zeigen. Versuch es gerade krampfhaft, noch irgendwie Platz zu machen. Mit hin und her räumen. Aber wie will das nicht so? Ist doch nicht so schlimm. Kommt doch eh hier nochmal vorbei. Ja, aber umso mehr ich tragen kann, umso weniger müssen wir nachher nochmal einstecken, weißt du? Ja, aber dann nehme ich halt mit, Mensch. Das ist doch nicht so schlimm. Weil auf dem Parkplatz selber ist nicht viel. Und drinnen ist auch nicht wirklich viel. Das reicht dann für euch beide, weißt du? Ach, drin kann durchaus sehr, sehr viel sein. Bin nicht gerade gelootet. Äh, nee, Launebub. Dein PC ist schrecklich. Meiner ist nicht schrecklich. Genau, das liegt an deinem PC. Ja, Launebub. Echt was? Liegt an deinem PC. Loll, komm, rennst du ein bisschen raus, bohr uns ist schon wieder neu. Wie krass ist das denn hier? Hm, funny. Die Gasmaske liegt hier. Einmal diese Schweißerbrillen. Hallo, Freunde. Ja, hier, guck mal. Hier, das, es sind keine mehr da, ne? Guck mal hier am Rand, da kommen sie überall. Hab ich doch gesagt. Komm, rennst du ein bisschen raus, sporen sie dir nach. Boah, der hat dir jetzt einen gegeben, ey. Ja, hab ich gemerkt. Weil ich kurz festhing. Ich hab frisches Gehirn für euch, Freunde. Mein Tag für Suppi bestand aus Schlafen nach den 25 Stunden... Oh, 25 Stunden Schweben, Schlafe. Wow. Hast du denn schön schlafen können? Bist du erholt und ausgeruht? Was, Freunde, kommt doch mal ein bisschen schneller. Alter, wenn jetzt von dir ausgesehen, sie sind auf der rechten Seite, dann sind die meisten. Von mir aus gesehen von der rechten Seite? Richtung Ladenstraße, ne? Ach so, ja. Wenn ich da hinten hingebe, wo... So, 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 ja, so... Wolf und so gefühlte 20, 25... Ja, wenn ich da Richtung gucke, wo heute eben gestorben ist, da kommen auch noch massig. Klingt auch gerade. Als ob da eine unsichtbare Mauer war. Hm, der hat schon Rohr. War schon megageil, was 0 Uhr abging, war der Hammer, wurde geradet, hatte knapp 200 Zuschauer. What? Alter, Vater, Schwabe. Hast du ja richtig abgesahnt, du, mit 200 Zuschauern. Und im Game kaum mehr Ruhe gehabt, der ganze 1.3-Server kam zu mir und sagten, Nieder, ja, das glaube ich, war bestimmt witzig. Was, fahrt man über die Spikes mit einem Quad drüber? Nö, warum? Wir sind auf einem Server, wo nix passiert. Verstehe ich, wir sind auf dem PvE-Server. Damit wir hier Ruhe haben vor anderen Typen, die der Meinung sind, nur Unsinn anstellen zu wollen. Hallo. Ich hab aber auch gesehen, dass auf einem PvP-Server, wenn du da mit dem Auto drüber fährst, nix passiert. Außer du fährst natürlich so blöd, dass du jumpen tust, dann explodiert das Ding. Guck mal, jetzt kommen sie alle hier aus allen Richtungen. Boah, überall. Ja, so, guten Tag, Hölle. Das war ein Polizist, der hat ein bisschen mehr ausgehalten. Ja, du leuchtest dir auch. Das machst du mit Absicht, ne? Natürlich. Wollte mal wissen, was so passiert, wenn du die ganze Zeit mit der Taschenlampe rumstehst. Das ist genauso, als wenn du ne Fackel in der Hand hast. Boah, jetzt geht's los hier. Die kommen wirklich über den Berghang über. Wir haben uns gerochen. Aua. Das ist aber nicht der, mein Freund. Ja, da ist ne Lücke, darum könnt ihr ein weites Gehen drüber laufen. Ja. Das geht nämlich leider nicht. Wo kamen wir denn her, was sieht das, wenn wir darauf der Remake? Oh, er bringt den Stock mit. Die haben alle blutige Hände. Ich glaub, die gerade gegessen haben. Haben sie vielleicht auch. Heute verspricht wieder so einen süßlichen Duft, deswegen kommen die aus allen Richtungen angekochen. Ja, das sind alles Fans, die wollen alle Autogramme haben. Jeder will ein Stück von der Hölle. Am besten direkt aufs Hirn eingebrannt. Hölle. Die wollen alle von der köstlichen Hölle kosten. Was, die riechen Heimat und wollen zurück? Ja, genau, Kalle. Kommt zu Mami, meine Süßen. Kommt zu Mami. Ich hab euch vermisst. Ach, jetzt weiß ich, woher das Virus kommt. Die Hölle hat produziert. Hier ist einer ohne Kopf. Noch einer ohne Kopf. Durch den Baum geht, Romjad, pass auf. Guck mal, die hier sehen aus wie... Wie so ne... So ne... Zusammengewachsenen... Laune, Bub, das kommt drauf an, wie viele Menschen sie gerade gegessen haben. So, pass auf. Einfach, weil ich Spaß habe. Alter, er hat sogar vor Ziel... Äh, verfehlt. Was hab ich? Ich hab nicht verfehlt. Ja, der erste Schuss, wenn der richtig gesessen hätte, wäre die doch gleich umgefallen. Nicht, scheinbar nicht, der hat richtig gesessen, der hat genau auf den Kopf gezählt. Klatsch, 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 klatsch. Also, wenn das jetzt so vorrischt wäre, hätten wir einen großen Vorrat. Das stimmt. Ja, dann müsste man jedenfalls zu schnell nicht verhungern. Oh oh. Der hat keinen Kopf. Oh oh. Hänge. Ja, jetzt nicht mehr. Wenn der Server lag, musst du zweimal schießen. Jeder dritte Zombie hat irgendwie bei mir keinen Kopf. Ja, ja, das ist häufig so. Keinen Kopf haben. Und dann kurz bevor sie dich hauen, haben sie dann auf einmal andere Klamotten an. Das ist wie bei den Hero Turtles, da fluppt dann auf einmal der Kopf aus dem Nichts raus. Plupp. Sollen wir uns wagen? Sollen wir mal Richtung Heimat? Schnell mal? Ja, ich würde sagen. Na komm. Äh, da mache ich aber Licht aus. Ja, manchmal trifft man mit der Axt nicht, das stimmt. Müsst ihr einfach nur die Straße runter, ne? Und dann irgendwann links. Ja. Nur... Es sind nicht simpel und einfach. Einfach die Straße runter, ja? Und ein bisschen... Oh, 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 oh. Ja, doch, wir laufen mittig, mittig, der Straße ist besser. Warum denn auf einmal? Was ist denn los? Ja, weil, äh, wo ich gerade gelaufen bin, auf dem Berg, so circa zehn Stück waren. Kochnix hat Angst vor den paar Zombies. Und da waren, äh, drei, die schnell sind dabei. Hey, weißt du immer, er mit seinem schnell. Rumiad, der hat noch nie die Zombies in der Nacht bei Seven Days zu gesehen. Das stimmt allerdings. Du musst nachher mal mitkommen, Kochnix, dann zeigen wir dir mal, was schnell Zombies bedeutet. Nein, nein, ich will es nicht nur umbringen. Rechte Seite. Ich weiß noch, die eine Nacht, äh, am Safe-Haus. Ich stand davor und auf einmal kamen zwei Kreischertuss und sind angerannt. Arschloff hier. Der war von euch, spielt dann mit dem kleinen Wolf. Ha, Arschloff, bumm. Und dann auch noch ein Volltreffer da. Scheiß Arschloff hier. Verrate ich dir nicht, Laune, wo wir rumlaufen. Also, wenn er genau guckt, dann sieht er's. Parcours! Das wird ja nicht mir helfen. Hmhm. Was vor gesagt, wenn der Mann nicht glaubt, danniu Quer das. Ja ne, wie mein Mann nicht. Ich habe Angst, Herr in deinem Stand. Okay?